Die Sache ist, ich erwarte von dir, dass du dich darum kümmert. Ist das klar? Toll, was die Mom deiner Freundin geschrieben hat. Ja, schöne Scheiße. Doily sagt, er hat was abgekriegt, als ihr ihn überfallen habt. Der Idiot hat sich selbst verletzt. Mit seinem eigenen Messer. Wir haben ihn nicht überfallen. Es gab einen Kampf. Bulldogs gegen Serpents. Und siehst du das hier? Dein Freund hat mir das verpasst. Kurz bevor seine Freundin in die Luft geschossen hat. Was ist passiert? Und natürlich ist den Northsider nichts passiert. Aber der Rest von uns musste zur Polizei. Jetzt gibt's Rache, Mann. Was habt ihr vor? Was ist das? Etwa eine Rohrbombe? Fogertys Cousin war in der Army. Er wollte uns was bauen. Wir machen es nach Feierabend. Aber ich sag dir, das wird den Riverdale Register ein für alle Mal stilllegen. Ihr glaubt, ein Gebäude in die Luft zu sprengen, macht die Dinge besser? Es kann nicht schlimmer werden. Doch, Sweet Pea. Das kann es. Lass mich mit Archie reden. Ich klär das, okay? Mann, das ist deine Antwort auf alles. Reden. Immer nur reden. Wir wissen nicht mal, auf welcher Seite du stehst. Auf unsere? Oder ihre? Du kannst kein halber Serpent sein. Antol. Archie hat den dritten Weltkrieg ausgelöst. Die Northside scheißt doch schon seit vielen Jahren auf uns. Dein Dad hat versucht, den Frieden zu wahren und Blut vergessen zu verhindern. Jetzt ist er weg und Idioten wie Sweet Pea denken, es gibt nur einen Weg und eine Lösung. Gewalt. Gewalt. Untertitelung des ZDF, 2020